jo freunde da bin ich wieder und zwar würde ich sagen wir steigen direkt jetzt mal ein in kapitel 2 der gefangene und laut meiner beschreibung kapitel 2.3 so it said a lane 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 okay previously on last stop did you see that guy just then i keep seeing him bringing home different girls but i've not seen one of them leave let's follow him i want his number holy shit get a video of this legate help we need to move him let's get him inside out of ja diesen vorspann las ich wie immer laufen damit auch ich begreife um was ist jetzt gerade wieder geht denn es ist manchmal eine geschichte die etwas vielleicht undurchsichtig erscheint da es sind verschiedene geschichten und dann muss man erst mal wieder den überblick haben was das alles angeht und deswegen mache ich das so ja lass das laufen und ja der gefangene jetzt weiß ich auch wieder also das ist tatsächlich das ist die tochter der person die im letzten part den ich gemacht habe der vater von er ist mit der frau hat eine affäre mit ihr die gott hoffentlich kommt die große aufklärung warum diese ganzen leute da zusammen jetzt hier hantieren und machen und tun und hoffentlich ist auch die ladezeit jetzt gleich vorbei damit ich nicht mehr so viel erzählen muss denn die geschichte trägt sich wie schon gesagt fast von alleine so ja dann lass mal lass mal unten die pfeile weiter gehen und jetzt endlich mal anfangen meine güte ja unbekannte gefahr kapitel 2 der gefangene los geht's und 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 Also ich laufe gerade, random geradeaus, um rauszufinden, ob ich hier wirklich in die Richtung flüchten muss. Halt's nicht so ruckeln. Nicht ruckeln, bitte. Hm, ich glaub, das sag ich nicht. Antwort, Lüge? Hm, ich glaube, das ist so ruckeln. Ich weiß nicht, wie Verveck's dad fühlt sich daran, dass sein sonnig ist, um die ganze Zeit zu Warum nicht ich ihn fragen, während wir hier sind? Ich hoffe, dass er mich auf die Tür knackt, in der Mitte der Nacht hat. Hm. Sei sprach. Locken sie weg. Wir müssen nicht über Verveck's daden. Er ist poorly. Er hat, um, gingivitis. Oder etwas. Babe, es ist ziemlich late. Vielleicht sollten wir alle einfach nur nach Hause. Oh, perfekt. Mein fiancé ist jetzt auf deine Seite. Ich weiß nicht, was passiert mit dir, Donna. Du bist immer in deinem head. Du bist immer nach Hause. Du bist immer nach Hause. Okay, ich verstehe. Ich bin ein total screw-up. Du bist jetzt sicher. Du bist jetzt sicher. Ich werde das jetzt in der Morgen sprechen. Fine. Ich habe alles getan. Du kannst es auch mit dir machen. Ich weiß, Em kann man ein bisschen starken, manchmal. Ich weiß, Em kann man ein bisschen starken, manchmal. Aber sie liebt dich. Sie hat deine besten Interessen an heart. Kann man sich die Rekord, bitte? Ich möchte einfach nach Hause. Ed. Du siehst ein bisschen nervös. Hat etwas passiert? Ich bin nicht deine Freundin. Ich werde nicht fragen, wo du warst. Aber du kannst mir immer sagen, wenn du in Probleme bist. Ich versuche. Nichts, was zu bemerken. Ja, ich glaube, das waren die richtigen Entscheidungen. Ich liebe deine Freundin, Dana. Ich möchte nur, dass wir alle sicher sind und zusammenkommen. Du bist... Das war's. Okay. Du bist... Sehr gut. Können wir jetzt gehen? Du bist sicher, dass nichts heute Abend passiert. Es ist nichts... falsch. Ich glaube, ich muss dir das nicht erzählen. 100%. Okay. Okay. Let's get ourselves home before I get a scolding too. Okay. Okay. mal geheim. Aber ich denke, das ist das dritte Kapitel von... Und es könnte was Interessantes passieren. Was haben wir denn hier? Langeweil nicht. Keine Storken. Schreibt mir bitte zurück. Blablabla. Bla. 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 Was ist drüben, Leute? Ich habe euch bisher... Ich hoffe, dass ihr nicht tot seid. Achso. Ja, stimmt. Ich musste ja flüchten. Ich bin ja gerade eben geflüchtet. Ja, bis jetzt nur ist noch niemand hier in diesem Spiel gestorben. Es ist halt einfach mysteriös. Ah, sie läuft schneller. Sie läuft von automatisch schneller. Das ist aber so weit. Um das festzustellen. Wenn ich denn... Reden. Mystische Musik. Was wollte ich sagen? Wir sind im dritten Kapitel bei... Ich habe mich da gerade erfahren, dass jemand nicht da ist. Oder sind die wirklich verschwunden nach der ganzen Entführungsgeschichte? Wir wissen es nicht. Ich glaube wirklich... Ich habe es gesehen, dass Bill und Wendy sind zusammengekommen. Ich dachte, dass sie sich schon wiedersehen. Nein, sie haben sich schon wiedersehen. Nein, sie haben sich schon wiedersehen. Aber jetzt sind sie wirklich rausgekommen. Bill ist so ein Spieler. Ich wundere, wie lange das dauert. Er ist alles gut. Er ist ein ganzes Junge. Ich glaube, ich bin ein ganzes Junge. Ich denke, ich werde in meine Kopie von FIFA an einem Moment. Moises Party morgen. Morgen? Hey! Ich habe es versucht, dich all die Nacht zu texten. Wir mussten aus der Grieche gehen. Ich habe mein Telefon gebrochen, damit sie mein GPS nicht nutzen können. Mein Telefon ist aus der Batterie. Wie ging es mit deiner Freundin? Hmm, naja. Die Dinge sind ein bisschen ständig bei Hause. Es könnte es nicht schlimmer sein, ehrlich gesagt. Warum? Was ist falsch? Ich hätte es besser nicht erwähnt, aber es ist nicht wichtig. Nein, es ist cool. Es fühlte sich einfach nachbinden für einen Moment. Hat er noch etwas gesagt? Nicht ein Peeb. Er satt uns da einfach an uns. Es ist ziemlich wunderschön. Ich habe es nicht schlafen. Ich glaube, ich glaube, dass Viv's nicht-tying-Skills nicht verliebt hat. Hey! Ich kann nicht glauben, wie verliebt ich bin. Hast du etwas Essen? Oh, nein. Sorry, Leute. Ich dachte nicht. Okay, wir kommen noch ein paar Supplies. Wir können mit der Frau tiehen ein bisschen mehr. Cool. Becky, du hier. Me und Viv gehen. Hang auf. Das ist bullshit. Du bist hier. Du bist hier. Du bist hier. Du bist hier und ich und Viv gehen. Es ist cool. Ich gucke. Du bist hier. 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 Ja. 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 Komm schon. Komm schon. Ich fühle mich an. Ich fühle mich an. Es ist ein Abend. Es ist ein Abend, dann? Was haben Sie und Vivek gesprochen? Sie haben nichts über mich zu Ihrer Frau. Ja? Ja. 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 Ich dachte schon. Das war jetzt etwas seltsam. Wir müssen etwas zu essen holen und zwar für unseren Gefahren. Jetzt geh doch endlich mal rein. Mein Gott. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Okay, muss ich jetzt wieder gehen? Es ging irgendwie um Diebstahl. Oh, die Ausreden. Oh, we've been sent by Mr. Harris to pick up some glue for woodwork. Yeah, I guess they ran out. Not buying it. You two are in a lot of trouble. Hang on a second. Oh, for Pete's sake. Family problems. Look, I don't have time for this. Just get back to school and we'll talk about this another time. Too close. You've got crap chat. That's your problem. Also Lügen funktioniert hier irgendwie nicht so. Can't you ever say anything nice? I like your smile, Donna. It's really pretty. Come on, let's just get some food and go back. Do you think it would be weird if I asked Vivek out? Huh? Yeah. He's a sweetie. Would it be weird? Yeah. Yeah. It probably would be weird. You're right. That's what I thought too at first. But opposites can attract, can't they? And I could use a good roll around. Oh, man, man, man. What's up? You've gone quiet. No. I'm calm. Getting the silent treatment now then? Really warm. Schweigen. Anschweigen. Sorry. Still feeling pretty tired. You're tired? I'm running on fumes here. Oh, we completely forgot to get Viv anything to eat. Oh, just don't mention it to him. He's probably forgotten anyway. Und wieder sind wir bei dem, den wir anführt haben. Hm? Hmm. Donna forgot to get you any food. Hmm. Hey. We both forgot. No worries. Probably should head back anyway. I'll get food at home. Sorry about the food. We did get some cable ties in a box cutter though. Okay. I guess we can tie them up a bit more securely. Also, er hat das wohl schon gestohlen. Okay. He's not going anywhere for now. Let's hope he doesn't have super human strength as well. I really need to go. Me too. Need to figure out a good excuse where I've been on the way home. I'll walk with you. Donna? You okay staying here while we're gone? Uh. Yeah. You go get some sleep. We'll be back as soon as we can. I just need to make an appearance for Dad. Letzte Sache. Did he say anything while you were looking after him? Nope. I did try talking to him, but not a word. Hey, hot stranger. We're going now. Please don't eat our friend. I'll see you both later then. Bye Donna. Come on Viv. Bye. Ah believe it. Bye. Bye. Oh, das ist schrecklich. Wir sollten uns nur auf die Polizei telefonieren. Wahrscheinlich würden wir mit einer Kaution rausgehen. Vielleicht in Asbo. Ich denke, das船 hat jetzt sauer. Was denkst du? What do you think? Not much of a talker, are you? I'm still waiting for you to say something. Or is that your tactic? To throw me off guard? Yeah, that's your plan, isn't it? To hope that I'll feel guilty and set you free. Alright, well, I'll just amuse myself then. Is Becky your friend? Wow, er spricht. Er spricht. Oh, ich muss laufen. Ich dachte, das wäre eine Sequenz jetzt. Oh Gott, ich begreife das endlich mal. Nichts wie denn. What was that? Is Becky your friend? I guess. Why? Do you know her from somewhere? Of course. Oh, you do? She hit me. She's why I'm with you now. Yep, that's Becky. So, you don't really know her then? Could I stretch my legs a moment? Oh, you must be joking. I would have asked your friends last night, but they were too deep in their own conversation. Oh, go on then. I'll take the bait. What were they talking about? My legs are stiff. If I let you walk around a bit, do you think you can be a bit more straightforward with me? I can try. All right. Keep your hands where I can see them. No funny business. Come on then. Tell me what I want to know. They were very animated with each other. What are you talking about? Animated about what? This matters to you, doesn't it? We had a deal, remember? Do you find it difficult opening up to people? What is this? Therapy? Please, get enough of that from my sister. Emma? How do you know that? You mentioned her last night. So you were awake the whole time? No offence, but that's a bit creepy. I'm interested. That's the sort of thing Emma would say. You two should hang out. Okay. Nice try. She's a cop, so she's not coming anywhere near this place. I see. All I did was forget to send a text message and she explodes. Completely over the top. Sounds like you hate her. No, that's a bit much. I don't know. Family, eh? You'd be better on your own. What are you saying? I think I would like to sit down now. Oh. Sure, okay. Ja, ich hab das mal so laufen lassen, denn war sehr interessant, was er schon wusste. Can I ask you a question? Of course. Last night, when you made the water glow, what was that? I enjoyed our talk earlier. That's not an answer. If you promise not to tell anyone, maybe I could show you. Sure. Show me what you got. Come a little closer. Hey! Come on, what are you waiting for? Er, are you alright, Donna? Don't mind her. Just show me what you did last night. Okay. Getting a little weird in here. So now you've gone quiet all of a sudden. Because of Becky. Don't worry, she's not gonna hurt you. Stop pissing around. It's not funny. We're in some real shit here, Donna. Alright, whatever. You can look after him then. Is Viv on his way? Nah, he texted to say he was in shit with his dad. He didn't text me. How long are we gonna keep this up? Moise is wearing a sick house party tonight. Everyone's gonna be there. I guess we should properly talk it through when we're all here. I got to go, Becky. I'll be back tomorrow. Schade, er hat mir nicht gezeigt, was er kann. Hey, Ash. Where is everybody? Your mom was feeling a bit poorly, so took herself to bed. Emma's out at the moment. Oh. Hope mom's okay. Sorry I'm late. I had to stay after school. Okay, well, I think I'll go straight to bed. I'm shattered. How was school today? Wie war die Schule? Yeah, good. I thought if you had to stay late, you must have had detention. Ah, diese. Oh. Yeah, I did. But it's fine. Anyway, probably should we get into bed. Where's your school bag, Donna? Oh, is mine? Oh, das sind ja wieder. I don't know. Die neugierigen Fragen. Schlimmste. Oh, I see you've decided to grace us with your presence. She's been at detention, apparently. Ah. Is mom alright? She's fine. By the way, thanks for cooking dinner tonight. We all really enjoyed it. Someone's in a bit of a mood. Perhaps give your sister some space this evening, Donna. Wieso? Die geht mich die doch auch mich immer an. I was only asking. I've enough to worry about without dealing with you again tonight, Donna. You're late home again. After all the palaver of last night. Hmm. I was revising for my GCSEs with Vivec. I thought you said you were at detention. It's always Becky and Vivec beginning to think they matter more to you than your own family. Sick of this. I'm going out. Where are you going? Oh, none of your damn business! Hätte ich auch gemacht. Das hätte ich auch gemacht. Was ist denn so eine nervige Familie? Spex, leave a message. Ach, hier bin ich. Hier bin ich. Why is your phone off? Call me back when you get this. I'm on my way over. Okay, ich bin auf dem Weg. Zu dir. Ich hoffe, es gibt keine anderen Abbezweigungen in den Spielen. Hmm. Nein, gibt es nicht. Könnte ja sein, wenn irgendwo was anderes leuchtet, dass man dort auch reinkommt. Das scheint ja nicht der Fall zu sein. Ich hätte schon gern gewusst, was er für Kräfte hat. Ja. Ich gehe nur davon aus, dass ich gleich rein kann. Ah, hier ist das Gebäude, also kann es nur hier sein. Genau. So, weiter geht's im Text. Wie geht's? 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 Ich weiß nicht. Ich habe gehört von ihm in einem Zeitpunkt. Ich werde ihm eine Calle. Ja, ich musste sie jetzt loswerden. Ja, ich musste sie jetzt loswerden. Sie sind upset. Ich bin kein Freund. Und das ist die letzte, die wir sprechen. Ich dachte, wir könnten wir weitergehen, von früher. Okay. Wir müssen etwas direkt hier. Ich bin kein Freund. Ich verstehe. Wir werden nicht so Freunde am Ende. So, du solltest mich bemerken, wenn ich mich jetzt nicht. Unless du willst sehen, den Boden zu sehen. Ich verstehe. Gut. Donna? Das ist mein Knife. Du fragst mir eine Frage gestern. Hey. Ja, jetzt kommen wir hoffentlich mal darauf, was er so kann. Wow, ich bin, ich bin beeindruckt. Warte. Was ist sie hier? Ich wusste nicht, wenn du stattfassst. Wieso haben Sie schon gehört? I really wish you hadn't have come So I followed you down here Waited outside to see if you'd come out Please don't freak out I can fix this I need to get Emma Ash wait Oh my god someone stop her Please Ash Stop a second I can explain everything Make up, make up, make up Make up, make up Ahh Yeah She's back Sie ist einfach weg Heute Der Gefangene Das Kapitel ist beendet Und Sie ist weg Ich hätte ja gedacht Dass ich verschwinde Also die Person Die ist schon spiele jetzt gerade Aber es ist eben nicht der Fall Und es sind ja wieder drei Figuren Es ist aber Kapitel 3 Es ist tatsächlich jetzt Kapitel 3 Eines sind andere Figuren Am Anfang kann es aber auch Leute Es geht noch ein Stück Es geht noch ein Stück Ja Ich bin sprachlos Ich weiß jetzt was der kann Er sah aus wie ein Engel Ein grüner Engel Der Xbox Engel Nein Phil Spencer Äh Okay Gut Dann verabschiede ich mich erstmal für dieses Kapitel Und wir machen hier genau weiter Bis zum nächsten Mal Und nicht vergessen Kanal Abo dalassen Bitte meinen Kanal abonnieren Es kostet euch nichts Würde mich sehr freuen Bis zum nächsten Mal Ich bin weg Tschüss Bis zum nächsten Mal